Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Was darf es sein? Zwei oder drei? Für wen voten wir? Machen wir den Magistrat. Er findet uns voll geil, der andere hasst uns wie die Pest. Okay, ja. Joker rückt dann einen Platz auf und der Lauch auf den Lauchs auch. Auf jeden Fall heilen, Ernie. Ah, das ist schade. Das ist natürlich echt, echt schade, dass der Jake draufgegangen ist. Aber da ist man sich immer so sicher, dass es klappt und dann doch nicht. 400 Leben. Attack Shuffle, ja. Machen wir das. Das klingt gut. Lauch auf den Lauchs. Du kriegst... Warte mal, Return Date. Da möchte ich auch auf jeden Fall noch Waffen geben. Und kein Geld mehr. Ja, machen wir gerade. Ja, das ist halt der Nachdreff. Dass der Jake halt auch null Schaden gemacht hat. Leider. Er hat eigentlich nur kassiert. Hat mich schon ein bisschen enttäuscht, Jake. Was war da los? Was war da los? Pit Fight gegen Return Date. Was hat denn der? Oh, der hat zwei Waffen. Der hat zwei Waffen. Null Siege. Joker Furzia Fight. Ich glaub, den kannst du fertig machen. Joggle. Da beweist er sich mal der Joggle. Oh, schön. Sehr gut. Und ein neuer Jake ist geboren. Einer mit zwei Waffen auch. Okay. Willkommen zurück, Jacke. Er lebt wieder. Er lebt. Jake lebt. Den knall ich weg. Ja. Sehr schön. Geil gemacht, Joggle. Hast sogar nicht mal was verloren, ne? Kein Leben verloren. Hammer. Der Joggle geht ja ab. Wenn ich jetzt noch... Warte mal. Joggle. Bock auf irgendwas? Oh. Employees who produce resources will generate 2% more. Sehr nice. Das kriegt der... Doktor... Der Wix Willy. Ja, da. Komm. Wix Willy. Viel Spaß. Achso, nee. Das ist ein Stack. Okay, kann ich nirgendwo draufpacken. Okay. Dual Wilding. Ja. Ich glaube, der Jake ist ja dieser Dual Wilder. Oder auch der... Wo ist er? Return Delta. Der hat sich jetzt auch mal verdient, dass ich ihm da mehr reinpacke. Schneller rollen. Das... Kriegt... Kriegt... Kriegt auch der Return Delta. Und... Der... Bernstein Meerengel. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, was der Tiger machen wird. Der wird wahrscheinlich ziemlich rennen. Der hat mich getötet. Also... Ein Pferd zum Legaten. Oder... Keep the creature. Ja. Ja, ja. Entschuldigung. Wir behalten uns das. Wir behalten uns das. Das Training. Sehr schön. Weil wir brauchen sowieso ein Pferd, um hier weiterzumachen. Apropos. In 50 Tagen müssen wir es ja schaffen. In... In 24 Tagen mittlerweile. Das heißt... Das Pferd hätten wir ja schon mal, um... Beizutreten. Ich werde aber... Was anderes machen. Das hier... 550 und 96 Schaden. Was haben wir noch? 669 Schaden. Ist schon mal nicht so schlecht. Und... 412. Oh... Der ist heftig. Wir können nur nur zwei Leute mitnehmen. Ähm... Ne. Der haut uns die Hucke voll. Ne. Das können wir sicher nicht machen. Aber... Dann machen wir den. Damage 99. Ne. 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 Achso. Die Resetten auch immer wieder. Damage 88. Uh. Die Resetten ja immer wieder. Sind ja gar nicht so geil. Damage 63. Und wir können drei Gladiatoren nehmen. Ja. Nehmen wir Jokulo Fuzia. Wir nehmen... Ernie van Dijk. Und wir nehmen... den... Löwen. Löwen. Fight. Wow. Oh nice. Jokul. Ernie. Löwe. Nice. Schön, schön, schön. Und noch ein Löwe. Sehr schön. Jetzt gehts ja langsam los mit den Löwen. Einen fetten Löwen hier. Geil. Den kann ich übrigens leider nicht heilen. Das ist voll schade. Das heißt, die werden irgendwann sterben. Ich kann sie nicht heilen und nicht trainieren. Voll schade. Hm. Da mal heilen. Hier. 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 Das sieht ganz gut aus. Hoi. Lauch of the Lauch. Ja. Mh. Joker. Return Delta. So. Return Delta. Du kriegst ja mal noch auf jeden Fall bessere Waffen. Ein bisschen armor wäre auch nicht verkehrt. Hm. Ein Kilo, sieben Kilo, ein Kilo, drei Kilo. Passt auch soweit. Drei, zwei. Ja. Das sieht ganz gut aus. Und dann haben wir schon wieder kein Geld mehr. Aber okay. Geht voran. Bärenstein, Meerengel. Off. Loser. Ne, ähm. Nehmen wir wieder auf Oz. Und der Jake wollte vorher, äh. Evasive. Ist eigentlich ziemlich scheiße. Obwohl, naja. Zwei Waffen und dann ausweichen ist gar nicht so verkehrt. Wir werden Jake wieder auf Waffen setzen. Und ein bisschen auf Agilität. Wir brauchen wieder ein bisschen Essen. Auf Asp. Asp. Na da. Bitteschön. Und ein bisschen Wein für dich. Championship ist in elf Tagen. Das heißt, wir müssen eigentlich schon wieder weiter kämpfen. Dann... Damage 94... Jaa. Weiß ich nicht so recht. Weiß ich nicht so recht... Ob ich das wirklich machen möchte. Damage 96... 96 92 550 Zweihänder Boah die hauen halt so rein Ich möchte halt nicht schon wieder verlieren von euch Big fucking try, der schaut halt auch echt heftig aus Hhhhhhh ja ja weiß ich nicht 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 98 die hauen alle so rein Gibt es da keiner der weniger reinhaut 92 Was zwei Händer Hmm Ja come on Jockel, Ernie und Der Tier unseres Vertrauens Oh Ich kann mir das nicht mal leisten auch nice Geil Super Natürlich nice Danke bitte Kann uns mal irgendjemand Geld schenken? Wir können nicht mal an so einem Feind teilnehmen Wir haben kein Geld Wir sind zu arm Ihr Legaten schenkt uns irgendwas Ihr Loser Ja natürlich besser recoveren Gar nicht verkehrt Kriegt der Jockel mal Dass man sich von den Füßen besser erholen kann Und dann Bumpick in another Gladiator Keine Ahnung was das bedeutet Ich packe es einfach mal rein bei euch Ich packe die Karten bei euch rein Ihr setzt dabei die gelden Ficker Geflöte ist Ja ein bisschen Den Alkohol verdünnen Oder einen Billigen Wein An die An uns Also wir behalten ihn für uns selbst Oder an den Legaten oder Magistraten Ist im Grunde egal Wir haben noch genug Wein Ja Machen wir das Günstiges Zeug für Beide Gegen wen geht es dann da? Gegen eine Jake Variante Mit 52 Damage Und gegen einen Löwen Wir können nur einen Gladiator nehmen Wir kriegen 333 Victory Rewards Wir können nur einen wählen Damage 181 Eigentlich haut der Örni schon mittlerweile mega rein Örni könnte es sogar schaffen gegen beide Aiolo Wer nichts wagt Der nichts riskiert Örni Mach sie platt Ich hoffe dass der Löwe angebunden ist Dann brauchst du nur Naja Doch nicht Schade Alles hat geklappt Hat sich der Löwe uns angeschlossen? Ne Ne Leider nicht Was? Jocke geht einfach so Was? Ich glaube Es war nicht so gut Weil wir haben es nicht geschafft Uns zu qualifizieren Ja Ich habe es gerade nicht gerafft Ähm Upgrade Track Das war gerade nicht zu geil, oder? Oh Okay Es fängt wieder bei Null an Okay Okay Gut 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 Gar nicht so verkehrt Gar nicht so verkehrt Ich dachte sie killen uns jetzt Aber es ist gut so Renni haut sie alle platt Also Jocke Peng gut Und danke fürs reinschauen Ich spars noch beim selbst spielen Und ich werde schauen Dass ich dich da Nicht verrecken lass Den Joker Auf Furzier Okay Das heißt wir fangen hier wieder bei Null an Okay Ist gar nicht so verkehrt Dann Gladiator picken Jockel Ernie Und den Tiger Viel Spaß Macht's ihm platt Freut Den haben wir schon mal platt gemacht Das sollte eigentlich ziemlich easy gehen Schön Der Tiger hat auch überlebt Boah Alter Löwe Entschuldigung Wie das an der Mähne schwingt Und wir haben einen Wagen bekommen Nice Great Wheel Kann man den auch irgendwie aneinander packen Da haut das Pferd ab Okay Hm Okay Ja was auch immer So richtig gerafft habe ich es noch nicht Das ist eine neue Mechanik Die gab es noch vorher nicht So schade dass ich den Dass ich die Löwen nicht Heilen kann Ich könnte nur verkaufen Für 230 Dann bringt das ordentlich viel Geld Solange er noch Leben hat Oder ich lasse ihn noch einmal fighten Und verkaufe ihn dann Ähm Wir sollten uns dringend um Essen kümmern Sonst sind gleich alle sauer Ein fight gegen einen mit 194 Damage What the fuck Okay Und wir können nur einen wählen Ah ne 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 So selbstmordgefährdet bin ich dann doch noch nicht Ab und zu ja Aber meistens dann doch nicht Ernie Heilung Und ich glaube Wir werden gleich noch so einen fight machen Hm Ich glaube der ist noch okay Nechsten 80 Ja Guter Reward Wir nehmen den Jockel Den Ernie Und Einen Den angeschlagenen Löwen Machen wir das Und go Fight Drei gegen einen Boah Juhuhu Juhuhu Ihr seid ja Hammer Was ist jetzt ja geil Der early Der Joker Die wuppen mir alles hier Der Hammer Ich habe dich zweimal Ah stimmt Return Warte Dann einmal verkaufen Stimmt Dich ja klar zweimal Sehr schön Den haben wir Auch geschafft Wasser und Wein kaufen Der Agent darf uns gerne wieder Waffen klauen Was ich zum Beispiel Damals öfter gemacht habe Ist so Gladiatoren zu kaufen So richtig gut Das habe ich jetzt noch komplett ignoriert Weil ich ja eben euch ganz gern fördern möchte Im Chat Die haben halt schon volle Rüstung Und haben teilweise auch ganz gute Werte Aber sind halt auch sau heftig teuer Also Ihr seht es da schon 1041 Gold kostet So was zum Beispiel Oder einfach irgendeinen billigen Sklaven kaufen Zum Beispiel Wäre auch eine Möglichkeit Den kann man halt noch Besser trainieren Der ist halt günstig Und den kann man noch trainieren Aber ich bin dann eher dabei Dass ich halt die fetten Leute Dann schon gleich kaufe Die teilweise halt echt gute Werte haben Aber wie gesagt Sau teuer Wasser eingeben Dem Magistraten Oder dem Legaten Und während ihr euch da entscheidet Hole ich mir selber mal Wasser Und werde mal kurz Wasser los Bis gleich Bis gleich Bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020